So, willkommen zu einer neuen Folge von League of Legends, du ringt mit der Bastille. Hallo, vorweg. Und es hat sich auf jeden Fall... Ach so meine Fresse, der Typ ist ein bisschen laut. Ich bin laut? Ich wollte eigentlich was sagen. Ne, der Kommentator, der Neuer. Achso. 30 Sekunden bis zum Erscheinen der Basalt. Okay, marschieren wir los und machen sie platt. So, es hat sich einiges getan. Ihr denkt euch jetzt, warum Benniplay20? Hauptaccount ist leider Fujikato. Deswegen muss ich jetzt... Holy shit. Deswegen muss ich jetzt hier... Neues Road to Silver. Zweiter Konto, ran. Bongs ein? Watt, la, warst du schon wieder. Und sie war sein, sind das die... Nein, zwei. Ja, jetzt fass der gleiche. Also, unser Jungler braucht Hilfe. Mhm. Bewegt mich ganz langsam hin. Alter, gewittert das hier, Alter. Ich werde Attack Speed Timo spielen. Wow, was ist ne Überraschung. Weiger, Support? Ja, voll! Da hat einer meine Let's Plays gesehen. Normalerweise spiel ich Timo auf AP. Ja, das ist aber keine so große Überraschung. Was ist grün und blau? Der gleiche ist übrigens scheiße. Der kann ihn eigentlich so easy kiten. Den, äh... Blubuff macht er aber nicht. Der hat mich doch am Arsch. Ja, ich sag's doch nur. Oder falsch. Hey, ich schmeiße hier, Mann, Alter! Du lösst doch nicht immer angesprochen! Wie First Blood. Halt auf! Was haben die Gegner gemacht? Wie kann denn so schnell ein Frost Blood fallen? Ja, indem die uns einfach baiten, weißt du? Und trotzdem so kacke spielen. Über den Baiten. Ich fühl das nicht. Noohohoho, wie Unlucky. Das ist ja Unlucky! Ich hab kein Mana mehr! Oh! Oh, das war... Das war... Das war... Heal, zack, Ignite. Okay, er kriegt einen Report von mir. Wow. Ja, wenn er mir den Farm versaut. Er schießt einmal in die Gruppe. Also, dass ich meinen Farm nicht kriege. Siehst du? Das ist genau das, was ich nicht in den letzten vier Spielen gemacht habe. Ja, das wollte ich auch nicht machen. Aber kann ich was dafür, dass der hier mich... Ja! Einfach eins mit hier! Und... Das ist sack. Alter, wieso ist das so laut? Einfach akzeptieren können. Ich sag, wieso ist das so laut und der labert irgendein Bullshit-Scheiße. Ich sag doch nur so, wie du das gesagt hast. Das ist was ganz anderes, Alter. Mein Gott, kann der mich auch mal aufhören zu fressen? Wieso? Ja, der schlägt mich ab, Alter. Der begeht mit seiner dicken Zunge. Auf meinen Schwänz. Du hast ein Problem. Ich hab einen Preis. Hier mal überhaupt nen Schwanz. Wut? Also kein... Nicht so'n Schwanz, sondern ein... So wie ein Hund. So'n Schwanz hinten. Alles klar, was ist hier? Oder wie so'n Kätzchen. Alles klar, was hier... Timo ist ein Panda, oder nicht? Kuscheltür. Alles klar, du hast die... Ich geb dir auch gleich mal Kuscheltür in deinen Kopf, ey. Aum bekommt Kuscheltür eigentlich so wenig damage. Egal, Attack-Speed Timo betrachten. Das hab ich im Original. No way! Alter Schwede, ey. Was geht dir da ab mit dem Damage? Alter, das ist ja von... Das ist ja auch... Das ist ja... ilver Mikro. Du übertreibst mit Tschüss. Ich... Mir ist langweilig, das haben kein Spinn, ich weit'n mit miruuu...! Alles klar war es dir, Tschüss. Tschüss. Tschüss, einfach Tschüss. So... Sie beginnst mit laut, Peter Obst. Peter Obst, also, oder? Ja. Oh Gott, der Kane ist top, denn. Aha. Du hast da einen Kane. Und du wirst gleich aufgeschlickt. Wieso steht denn der Grant 2.1? Willst du mich verarschen? Ein Gegner wurde getötet. Das war ein Kill. Es ist kein Diebstahl, wenn sie kürzen. Alter, der hat echt viel mehr Fahrgutig. Verbrühe Sie am Boden. Wow. Was hat mich jetzt getötet? Nein. Oh. Ein Gegner wurde getötet. Könnte sein. Egal. Noch ein Kampfer, ich muss noch ein Rechner. Oh, schön. Ist denn der noch gestorben? Alter, der Blanche steht 3.1. Hört doch auf, ey. Gesetze zählen nur, wenn sie mir nützlich sind. Fuck, ey. Wenn der jetzt wegkriegt. Ich lüfe für ein Ziel. Aber ich sterbe nicht dafür. Du hast deinen Gegner getötet. So, da war schon mal der Strich. Stich 2.1 und es steht 0.1. Also schon mal nicht so schlicht. Oh Mann, jetzt haben die Höllen-Draker. Jetzt haben die noch mehr Schaden. Rant ist fiekt. I'm little safe. Weh, du gibst dir jetzt noch ein Kill. Dann krieg ich die Krise. Oh Gott, er gibt ja echt noch ein Kill gleich noch. Ach, verdammt. Der Befehl wurde erteilt. Her mit der Kohle. Pass auf! Füttere die Schaktane. Füttere die Schaktane. Ein Beschwörer hat das Spiel verlassen. Buddy in your channel time down. Ah, jetzt wird der Timer und ich kenne mich nicht mehr. Ich schmiede mein eigenes Glück. Das war echt nicht, was er hier macht. Das ist mir scheißegal, das ist ein Yasuo, Alter. Oh, Basti, warum hast du denn jetzt Teilbaut, Mann? Das gibt's doch nicht. Das ist nicht cool. Und ich hab grad schon losgeschrieben. Du hast ein Problem, ich hab ein Problem. Cooles Internet. Ja, das, äh, ja. Ich glaube... Man kann nur nichts davon erwarten. Bei mir könnte es aber auch so sein, dass es, äh, nicht mehr so lange dauert und dann krieg ich auch Probleme. Weil wegen Unwetter. Und sein Verbündeter wurde getötet. Ja, bei mir ist nicht mal Unwetter, das ist ja das nicht immer. Was macht der denn da? Ein Verbündeter wurde getötet. Ich verstehe auch nicht, wieso er so gegen Nasi verliert. Ehre ist der Rost auf einer stimmten Klinge. Vorsicht! Zurück! Klar. Jetzt hole ich mir meinen Anteil. Wollt ihr raus? Okay. Tod. Dein T-Mail ist tot! Und dabei gibt es noch alles! Und der Graves pinkt mich jetzt an, weil er Counter-Jungelt? Ist das sein Ernst? Oh, die movies! Oh yeah! Was sind solche Kacklappen, ey? Ja, besonders der Asur. Irgendwie immer wenn man ein Asur-Team hat, dann feedet er rein. Der Grace denkt irgendwie ja nicht daran, die Ward-Line zu dürfen. Ja, aber keine Ahnung, ey. Ich schmiede mein eigenes Glück. Er ist okay, Bashi. Du hast ein Problem? Wow! Es ist unglaublich. Ich spiel einfach weiter und denk nicht drüber nach. Ich spiel doch. Holy shit. Die Realität wird nicht verdient. Ein Gegner wird zum Bersacker! Okay, die Kids müsst ihr wieder reinholen. Halt auf! Oh, scheiße. Der läuft auch noch voll da rein, weißt du? Der ist so dumm, der Junge. Ehre ist der Rost auf einer stumpfen Klinge. Oh Gott! Oh Mann, dieses Game ist leichter GG. Oh Mann, dieses Game ist leichter GG. Oh Mann, dieses Game ist leichter GG. Eehö. Wann ist A Sie eigentlich wieder so stark? Der wurde in letzter Zeit häufig gebickt? Wurde der gebufft? Hmm... Neee. Nicht dass ich was so. Es wurden nur wenige Gems gebufft. Oder genervt. Oder geändert. Also im letzten Patch war fast gar nichts gewesen. Da wurde nur was im Jungle irgendwas fannert hauptsächlich. In diesem Patch wurde... 3-4 Gems... ...geändert. Sehr viel im Jungle. Ohja. Yasu down. Was zum Fick macht der Yasu? Ich Schau wieder. Einmal mit Profis, Alter. Ja. Was hast du gedrückt? Ja, nein. Ich hab gar nichts gedrückt, äh, ich war der letzte. So. Her mit der Kohle. Ich greife für ein Ziel, aber ich sterbe nicht dafür. Ja, nein. Ja, nein. Autsch. Oh mein Gott war das gut. Oh Gott. Ne, das ist zu viel. What? Oh, das ist okay. Gegnerischer Doppelkill. Nächstes Mal macht ihr ein Achtung. Nimm das. Ton zerstört. Ja, okay, er fickt mich halt einfach komplett mit der Multi-Welt. Ja, geh doch. Ja, ja. Reichtum ist mein Ding. Reichtum ist mein Ding. Du hast ein Problem? Ich hab einen Preis. Nein! Warum ging meine Q nicht raus? Oh, leck mich doch. Boah. Boah. Du sterben. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Oh Mann. Es ist ewig. Soldat! Boah! Ich bin gar nicht mehr so geschleitert. Oh man, ey. Oh nee, ich kann auch schon wieder weggehen. Pain, äh, geht gerade Richtung... ...Fortline-Leuchter-Glück. Oh, da war ein Ping. Der Button blockt denn mein Blind eigentlich nicht seine Autotecks. Die Soldaten haben halt auch Autotecks. Ich schmiede mein eigenes Glück. Oh je, mein Herr. Und der Kelln ist hier. Verbündete am Boden! Kann man nur so ne gute Idee bekommen und die Kelln so fehlen, ey. Ich seh der Wande. Ich seh der Wande. Ach du Scheiße. Alles klar. Okay, Ronsen muss nur so weg. Ach, Rehminen. Euer Turm wurde zerstört. Wir sind getoppt. Ein bisschen wir war... ...der Spiel verlassen. ...und der Spiel verlassen. Ich schmiede mein Spiel. Ich sah... Wenn ich diese Planung war, Ich schmiede das. Ich bin bitte nicht. Dieowa-Gebäser. Der Spiel verlassen. Ja, das sind jetzt... Waren die jetzt Gray? Die waren wahrscheinlich nicht im Busch Und die braucht den Na, ich glaub die anderen beiden machen den aber Oder doch nicht Pfff 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 Ein Gegner wurde ausgelöscht Pfff 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 Du hast ein Problem? Ich hab einen Ziemliche Scheiße Ja, also auf Dauer geht das einen auf den Sack, kann man das nicht aufstellen Ja und manchmal auch echt, da wird man echt aggressiv ey Pfff Pff Wow, inzwischen kann der mich auch machen Ein Gegner verfällt in Blutrausch Nimm das super Einfach alles gejust um da weg zu kommen ey Weil der Cain einfach rein und schottet Pff 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 Px Pff Pff Die Wüste kann nicht gezähmt werden. Zurück! Halt doch mal dein Maul! Was ist das Ding? Ein Gegner wird zum Berserker! Euer Wunder unterstürzt! Und damit habe ich echt viele schlechte Spiele schon gehabt. Ja, ich anfange es auch nicht. Aber ich kann inzwischen nichts mehr gegen ihn machen, ja. Man kann nicht mal weglaufen, weil der einfach schneller ist. Ja. Und dabei gibst du doch alles! Ich schaue nur zum Himmel an. Unglaublicher. Der Dapper so. Ja, mit der Kohle. Nimm das! Oh mein Gott. No, nicht der... Oh, Mann, ey. Kann man nicht einfach den alten Kommentator wieder... Oh, das ist so nervig, ey. Gegner zauern! Schnapp den lässt! 0,8! Vorwärts! Als ob der immer schneller ist! Euer Turm wurde zerstört! Okay, okay. Zeig mir den Segenschlag! Ist ewig! Euer Turm wurde zerstört! Der Befehl wurde erzahlt! Ein Wunder fällt in Blut raus! Euer Nibitor hat den Geist aufgegeben! Böse, böse Superman! Das wird so gut gehen! Boah! Schließlich ist es gewesen, ey. Du musst zu weit nach vorne gehen! Ha! Ha! Ja, ja! So...